Was soll das Schild denn darstellen? Nicht kacken im Wald. Ach da, meinst du das da? Oh ja, tatsächlich, man darf hier nicht kacken. Kacken im Wald und Kacken im Wald. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Untertitelung. BR 2018 Da kommen noch große. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, das waren die fahrende Wasserfälle. War recht schön. Hier gibt es auch so einen Rundwanderweg. Die nehmen wir jetzt auch und laufen dann wieder zurück zum Auto und fahren dann in die Unterkunft. Ansonsten, ja, regnet es hier und da, macht aber nichts. Es gibt Schlimmeres.